Da wird schon ein bisschen mehr Post. Das dauert jetzt erstmal bis die Leute ankommen. Wow, da kommt Schrott und da kommt Schrott und 330 bis 66 mit. Du bist noch nicht voll und wo sind Nettfehn? Es wird auch gleich mehr, wenn hier unten die Passagiere überlaufen, dann wird es deutlich mehr. Na, schauen wir mal. Vielleicht müssen wir auch da irgendwann die Krokodile drauf setzen. Naja gut, also Geldern und Dings läuft. Da sind wir im roten Bereich. Und da sind wir im blauen Bereich. Der blauen Bereich ist ja hier fast voll. Und hier sind wir im grünen Bereich. Ja, grün ist in Ordnung, also alles was gelb ist bzw. alles was rot-orange ist, müssen wir dann gucken. Gerade jetzt hier Hamm zum Beispiel. Gut, ist eine sehr kurze Strecke nach Hamm. Aber die Stadt Hamm-2-Linie könnte locker mehr Gewinn machen. Also das heißt nicht mehr Gewinn, aber wir könnten die Regionalbahnlinie dort deutlich, deutlich verbessern. Wenn die Leute immer abgeholt werden würden. Das ist natürlich auch wieder gut für das Wachstum in Hamm. Mal Hamm vom Wachstum. Na gut, ist trotzdem im oberen Drittel. Selbst Torgel trotzdem. Aber Greding wächst im Moment ganz gut. Und kann... Oh, kann dann... Ach, ich treffe mal. Ich muss den da... Oh ja. Das war ja die Aktion hier. Kann dann Harburg. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal deutlich ran. Also erst mit Ausbau. Gut. Ähm... Ne, warte mal. Wir wollten jetzt erstmal kurz schauen. Äh... Oranienburg. Schienenfahrzeug. Schienenfahrzeug. Dr. Reisezugwagen. Ist fertig. Äh... Ist neu. Dr. Typ Altenberg. Was ist denn das hier? Achso, die VW. Der hier fährt 120. Dafür brauchten wir erstmal einen neuen Postwagen. Und dann hatten wir die Wirtschaft der Markt in Norddeutschland. Der hier. Zuckerfabrik. Möbel. Ach genau. Bei der Großbegreife fehlen uns noch die Eier. Dann ist jetzt die Klosterbrauerei dazu gekommen. In Wienenburg. Wo sind wir jetzt? In Wienenburg. Wo sind wir jetzt? Und wo ist der Markt? In Wattdürrenberg. Da oben. Ohhhh... Jaaaa... Und die Klosterbauerei macht. Bier. Das heißt Bier könnten wir anliefern. Wenn wir Gerst und Topfen haben. Hopfen ist dazu gekommen. Der hat sich jetzt versteckt. Südlich von Schlitz. Und der Getreidehof. Auch südlich von Schlitz. Was könnten wir angehen? Auf die Liste. Industrie Klosterbrauerei. Nehmen wir gleich mal auf. Wie sieht es denn zeittechnisch aus? Oh. Oh. Habe ich so viel gequatscht schon wieder? Wir schaffen noch nicht mal Nettfähen. Wir müssen noch mal Gas geben. Jetzt nicht mehr ein bisschen. Oh. Warum ist unser Betriebsgewinnen jetzt aber immer so abgefallen? Profit. Ja. Wir gucken mal hier den Profit uns an. Ah ok. Stahlwerk. Oh. Okay. Na gut. Weiter Weg. Das gleiche hier. Ja. Ne. Oder Stau. Das könnte man durch die Staus. Äh. Unser Zug nach Günzburg macht auch nicht so. Na gut. Günzburg sind wir gerade dabei. Wird dann besser gleich. Aber hier guckt euch das mal an. Oranienburg Torgelow. Teilweise 3 Millionen. Und volle Auslastung. Aber hier ist auch noch so einer drin. Oh. Moment. 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 Da haben wir unseren Betriebsgewinn. Ja. Es steht auch noch auf der Kreuz und Hauptbahnhof Oranienburg. Diese hier. Die muss auch noch ganz dringend gemacht werden. Mal den anderen. Auf der anderen Seite. Passt das hier mal. Aber. Wir schieben Netfiend in die nächste Aufnahme Session. Und kümmern uns gleich erstmal hier um die hier. Die stehen bis nach Tarnhausen hinten. Da wir stehen bis nach Tarnhausen hinten. Und hier? Oh. Woa. Okay. Wie. Ja. Da. Bis zum Beispiel. Uh. Du. Was. Wie machen wir die denn? Fakt ist zum Beispiel da 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 das machen wir schon mal definitiv jetzt schon so rum und so rum dann kann definitiv der hier weg erstmal dann kriegen wir da mehr durch der kann schon mal weg 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 und der weg die oberleitung muss natürlich hier gebaut werden so so komm voll rein so du kannst weg du kannst weg dann der hier weg und jetzt schnell du kannst wieder hin wir brauchen einen eisenbahntunnel so die beiden können wieder hin die können hin die können hin die können hin die können hin das müssen wir mal ganz kurz hier oben gucken die müssen verbunden sein ok so das heißt hier muss hin da muss hin du brauchst noch einen du brauchst noch einen du brauchst und du brauchst das ist das ist das ist das ist und du musst es jetzt theoretisch ja jetzt müsste es passen oder wenn wir jetzt wenn wir jetzt aber diese hier vorne auch verbinden würden könnte ein Zug auch hier lang fahren dann müssten die nicht den weg das sollte man vielleicht hier oben auch machen so und jetzt soll das wieder flüssig laufen ist natürlich klar dass hier jetzt ordentlich betrieb ist weil die jetzt unten lang gefahren sind und da lang gefahren sind das passt hier muss kürzerer rein hier auch noch einer und da auch noch einer da noch einer da noch einer da noch einer so jetzt müssen wir es haben oder 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 Ja, jetzt müsste es passen. Ja, wohl. Und jetzt noch ein bisschen. wir haben einiges um uns zu bauen noch die brauchen alle noch mehr power drauf so ham ist grün geworden sieht gut aus passt damit bedanke ich mich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder beiseite ich war der opa und sage ich tschüss bis folge 127 bis zum nächsten mal euer opa